Leute, ich habe heftige News. Das Mid-Season-Update wurde geleakt. Genießt es mit Vorsicht, aber inhaltlich ist da ein bisschen was echt krasses dabei. Über Revenant, über die Havoc, richtig krank wird keiner auf dem Schirm haben. Und es gibt immer mehr Content-Creator, auch große, die Stellung nehmen zu den Infos, die ich beim letzten Video rausgauen habe, so dass wir davon ausgehen könnten, dass es wirklich so heftig passiert. Dazu aber gleich nochmal mehr. Und wenn wir etwas gegen diese Änderung tun wollen, wenn wir da gemeinschaftlich eine große Stimme haben, dann müssen wir mal gucken, was man da machen kann. Aber werde ich gleich drauf eingehen. Mid-Season-Update, nächste Woche Dienstag oder übernächste Woche Dienstag, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, wann der Split ist. Aber die R99 soll einen Schadenabfall, Schadensabfall-Nerf bekommen. Könnt ihr euch daran erinnern, dass schon mal eine Care-Package-Waffe genervt wurde? Wenn sie gerade mal ein paar Wochen im Care-Package war, ich weiß es nicht genau, sie soll auf Distanz nicht mehr ganz so effektiv sein. Finde ich okay, finde ich aber auch nicht dramatisch, weil auf Distanz ist die echt schwer zu treffen. Dafür müssen wir einfach mal sagen, die Havoc, der Turbolader soll von der Havoc verschwinden. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Havoc ohne Turbolader? Die Havoc hatte schon immer den Turbolader und der Turbolader war auch immer da. Ich weiß, die Havoc war echt heftig. Und den Nerv, den sie in Season 22 bekommen hat, aus der Hüfte nicht mehr so präzise zu sein, der knallt richtig. Der ist auch gerechtfertigt, aber die Havoc ohne Turbolader, das klingt fast schon unglaublich. Aber es ist, glaube ich, der einzige Hop-Up, der nie aus dem Loot-Pool verschwunden ist. Leute, schreibt in die Kommentare, was sagt ihr, weil das ist echt mega, mega krass. Wie gesagt, ob es stimmt, wissen wir nicht. Wer übrigens einen Akimbo-Nerf erwartet im Mid-Season-Update, den muss ich leider laut Leaks zumindest enttäuschen. Aber seid sicher, es wird was passieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und auch zu den Loot-Bin-Änderungen, wenn die Gold werden auf einmal und so weiter. Auch da könnte was passieren. Auch mehr sage ich dazu nicht. Aber nicht in dieser Season. So viel sei sicher. Die Revenant-Ult wird genervt im Mid-Season-Update. In welcher Art und Weise? Duration, also Dauer und keine Ahnung, wie viel extra Leben du hast und so weiter. Oder Cooldown, weiß kein Mensch. Aber es soll definitiv ein Rev-Nerf passieren, was die Ulti betrifft. Belk wird in die Recon-Klasse wechseln. Was für mich tatsächlich auch so ein bisschen Sinn macht. Aus der Skirmischer-Klasse raus in die Recon-Klasse rein. Alleine mit dem Skydive kannst du eben Legenden scannen. Das ist einfach eine aufklärende Geschichte. Also es macht für mich einfach mehr Sinn. Und auch auf dem Boden, wenn sie dann anvisiert, sieht sie durch Visiere halt die Gegner auch rot. Es macht halt einfach Sinn. Gerne auch hier. Schreibt mal rein. Und Leute, vergesst bitte nicht zu abonnieren. Ganz wichtig. Es gibt immer noch viel zu viele, die regelmäßig einschalten. Danke dafür. Aber der Daumen und das Abo muss einfach da noch mit hin. Also vielen Dank für euren Support. Das sind die wichtigsten Informationen zum Mit-Season-Update. Season 25 Loadout. Wie gesagt, es gibt immer mehr kleinere und größere Content-Creator auch im internationalen Bereich, die jetzt Stellung nehmen zu den Änderungen, die angeblich in 25 kommen sollen. Season 25. Dass wir wo in verschiedenen Variationen, welche dann das endgültig sein wird, keine Waffen mehr auf dem Boden finden. Aktuell laut Leaks ist das kein Limited-Time-Modus, sondern es sollen feste Battle-Royal-Komponente sein, dass wir ein festes Loadout am Anfang wählen können und im Mid-Game irgendwann einen Replikator finden. Dann uns ein Loadout unserer Wahl da rausziehen können, wenn wir nicht zufrieden sind. Wir könnten es theoretisch looten. Es gibt auch die Variante, dass du über dieses Evo-Upgrade jedes Mal deine Waffen ein bisschen upgradest und so weiter und so fort. Mehrere Content-Creator nehmen dazu Stellung. Also es kann durchaus sein, dass das passiert. Es kann aber natürlich auch dieser typische Schneeball-Effekt sein. Einer liegt und es werden immer mehr, die es sich irgendwo abgucken und im Endeffekt kommt es vielleicht gar nicht. Wenn wir allesamt so extrem dagegen sind, erinnert euch an die Battle-Pass-Änderung, die eigentlich kommen sollte, dass wir nur noch mit Echtgeld. Und dann war die Kritik vor Release so groß. Also so groß war, glaube ich, noch keine Kritik in so kurzer Zeit. Versteht mich nicht falsch. Match-Cheater und so weiter, Matchmaking. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da hat es funktioniert. Und wenn jetzt über Zeit wirklich noch mehr Leaks rauskommen, die bestätigen, dass diese Änderung kommen soll und der Großteil wirklich der absolute Hardcore-Kern dagegen ist, dann sollten wir da ständig negativ drüber berichten. Und das könnte vielleicht einen Effekt haben. Es gibt einige Stimmen, die diese Änderung nicht schlecht finden. Ich würde das auch nicht schlecht finden. Aber dann soll es ein gesonderter Modus sein. Nicht der ganz normale Pubs-Modus oder in Ranked eingreifen, dass Ranked normal bleibt. Weil im Endeffekt ist es so, das macht Battle-Royal aus. Du landest, suchst dir deinen Loot und entweder du bist besser als der Gegner, hast einfach das Glück mit dem Loadout, dem Loot, was du so findest. Und dann guckst du eben, ob du die Gegner wegkloppt oder eben nicht. Das ist einfach wichtig, die Binnen zu öffnen und zu denken, geil, G7 oder verdammt, schwindende P20, keine Ahnung, sowas, das gehört da einfach rein. Und das ist einfach nicht geil, wenn du zeitgleich mit jemandem irgendwo landest und der eine knallt ja in der Elster vor den Latz und der andere von mir aus, keine Ahnung was. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich würde es nicht geil finden. Extra-Modus wäre eine coole Sache, keine Frage, müsste man testen, LTM und so weiter und so fort. Leute, abonnieren, kommentieren, subtrahieren, macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr bleibt am Start. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream auf Twitch, auf YouTube. Folgt mir überall, wo ihr Bock habt, Onlyfans und so weiter und so fort. Das war es von mir, heute rein. Ciao.